Okay, wir sind da. Wir waren aber nicht hier. Ich kam mal jedes Wochenende her. Ich werde mich nie an. Und? Hat sich was verändert? Solche Orte verändern sich nie. Moment, wie immer. Oh, wir sind euch auch tief weit rausgefahren. Gut, dann bin ich mal gespannt, ob wir hier Spuren finden. Ich weiß nicht, ob man lebt. Er hat doch keinen Trailerpark, aber muss in die Richtung gehen. Bei dem ist Ul, hab ich hier dran gedacht worden. Sind ja keine Menschen. Johnny? Ach, Johnny. Reizende Nachbarschaft. Mua. Dicke Eier. Johnny Lee, bei den Kindern hast du nichts gesagt. Das hat mich ein bisschen bewundert. Hätte ich erwartet, dass ich da mal... Wird wohl jetzt so, ähm... Okay, er darf einfach rein. Familie wahrscheinlich. Aquarium. Imitiertes Frischwasser aus dem Amazonasbecken in der Mitte des 21. Jahrhunderts. Ja, doch nicht Aquarium. Wo wir pflanzen. Entweder du willst was oder weißt was zu Randy. Sonst hättest du deinen Arsch nicht hierher geschleppt. Joss, das ist weh. Also wie? Geht es um meinen Jungen? Sorge nicht. Joss, ich... Ich weiß nicht, wie ich's sagen soll. Aber Randy... Du hast gesagt, wir sollen es nicht erzählen. Du hast gesagt, wir sollen es nicht erzählen. Aber er lebt noch, oder? River! Jetzt antworte mir! Wir suchen ihn, Joss. Hier! Streiten bringt niemandem etwas. Er ist MEIN Kind! Sag mir nicht, wie ich mich zu verhalten habe! Joss... Hör mal, wir müssen Randys Sachen durchsuchen. Warum? Um eine Spur zu finden. Vertrau mir, Joss. Macht nur nichts kaputt. Randy kann's nicht leiden, wenn jemand sein Zeug anfasst. Gehen wir wie? Die Kinder spielen draußen. Wohl sie rein, es gibt Essen. Ach, sie hat mehr Kinder. Äh, wir können auch mal hier reden? Lass dich nicht unterkriegen an der Mutter. Lass dich nicht unterkriegen, dann könnt ihr nicht da. Das schwer für dich sein. Alleine. Sicher nicht leicht, alleine mit drei Kindern. Naja, mit meinem Mann war es auch nicht leichter. Die besten Tage waren, wenn er nicht nach Hause kam. Ich hab mir oft gewünscht, dass er für einen Monat abhauen und uns in Ruhe lassen würde. So schlimm, ja? Sein Bike und der Highway waren seine Welt. Aber zu Hause ist mal Folgendes passiert. Oh je. Da hat er Dorian auf einen Vater-Sohn-Trip in die Stadt mitgenommen. Hatte was zu erledigen. Nachts kam er dann stockbesoffen zurück und ist ausgerastet, weil ich die Cops gerufen hatte. Und? River hat ihn in einer dreckigen Bar aufgegabelt und Dorian heimgebracht. Shit. Muss erleichtert gewesen sein, als er weg war. Wochenlang habe ich jede Nacht geheult. Mein Mann wurde ermordet. Der Vater meiner Kinder. Das... tut mir leid. Randy hat sich verändert, zog sich immer mehr zurück. Und ich hatte schließlich noch zwei weitere Kinder. Das Leben war mit und ohne ihn schwer. Manchmal gibt es keine Lösung. Okay, sie hing also doch an ihm. Krass. Wie ist er gestorben? Die alte Kaldos meinten, dass es ein ehrenvoller Tod war. Was zur Hölle das auch heißen mag. Sie zeigten mir seine Leiche. Wo mal sein Gesicht war. Ich konnte keine Ehre darin erkennen. Ich glaube, er hat auch keine Ehre gefühlt. Tod. Wechseln wir das Thema. Halte Kaldos, also. Oh Gott, da bin ich wirklich... Bleib stark, Joss. Alter Schwede. Das ist ganz schön hart. Jojo, bleib stark. Die Kinder. Was haben wir denn hier schönes? Boxhandschuhe durch häufiges Tragen abgenutzt. Dann haben wir hier ein... ...ein Springseil für Sportler geeignet. Hanteln. Hanteln. Busseisen für allgemeine Zwecke. Ein Boxsack. Spuren vom regelmäßigen Gebrauch mit der Normerkraft bearbeitet. Okay, hat sich einer also gut sportlich betan. Sollen wir die Kinder nicht reinholen in dieses gerade? Die Kinder spielen draußen. Im Müll. Holt hier eigentlich jemand? Ich meine, ich habe so viele überfüllte Mülltonnen gesehen. Bei den Leeren ist es ja nur für Gegner. Ist das hier so, dass die Müllabfuß so selten rumfährt? Sollten wir jetzt nicht die Kiddies holen? Davon ist ein Mensch. Dorian. Monique. Ich kann grad nicht mehr springen. Ich kann nicht mehr springen. D geht noch. Y geht auch nicht mehr. Ist das irgendwie ein friedlicher Bereich oder warum ich das nicht darf? Leute, kann ich euch mal kurz Fragen stellen? Okay. Das denke ich mal heißt nein. Das ist der Wohnwagen. Achte auf jedes Detail, okay? Onkel River. Monique. Dorian. Na ja. Ist das dein Partner? Ein Freund. Wollten wir nicht mal hier die Buche anschauen? Schläfst du hier? Mal sehen. Eure Mutter wartet ein bisschen besser auf euch. Du wirst ein wenigstens lieb zu den Kleinen. Ist okay. Ist das dort oben? Das kommt sehr alt. Von Klebers. Von Kleber zusammengehalten. Ich will mich halt noch ein bisschen umschauen. Weil... Eben erstes Bett. Schädel. Plastik Schmuckstück. Grüße aus der Depression. Das klingt ja vielversprechend. Nein. Das haben wir auch schon. So. Für das. Das genau. Das. Das Tür. Kinder zeichnen. Erstaunlicherweise zeichnen die Kinder genau dasselbe. Wie in der Praxis wo wir gerade waren. Erstaunlich. Kritik an irgendeinem Leute. Ich weiß ja nicht. Das ist gut für Kinder aus. Und jetzt haben sie ein bisschen Spielzeug und Eskartons. Das. Aber natürlich. Ne. Ich würde sagen. Fernseher. Nee. Das zeichnen. Aber. Achso. He. Fern. Na gut. Lassen wir das mal. Und sagen. Dass das alles. Äh. Okay. Jungs. Girls and Boys. No. So. Also da. Sollen wir reingehen. Ich kann nicht mehr springen. Stehe wer will. In den Wohnwagen ist Randy eingezogen. Nachdem ich einen neuen gekauft habe. Erdengang. Erinnert mich an meine erste Bude. Seh dich um. Ich durchsuche den Müll. Ja sind endlich wieder im Springmodus. Plattenspieler. Fehlfunktion. Erstklassisch. Zustand. Gerät hervorragend. Liste zerkratzt. Müsterprofil. Audiophile. Fan von düsteren Musikgenres. Wendy's Gitarre. Hergestellt aus Mahagoni und Fichtetz. 2069. Seitensinnlose. Lange nicht mehr benutzt. Er hat drauf rumgeschmatert. Sein Essenstisch. Dokumente die wir schon bei allen möglichen Leuten gefunden haben. Egal ob höchste oder kleinste Ebene. Aber es ist eigentlich Licht an dem Tisch. Tainted. Overlord. Hier ist irgendein Schlüssel. Verdammt alt. Nicht wirklich das was wir suchen. Ja kann man trotzdem mitnehmen. Das konnte ich hier ausbilden. Alte Dose. Noch. Drei zuhause. Freunde heilen. Krass. Da sind noch die Kerben wo wir markiert haben wie groß die Kinder waren. Oh Gott. Tja alle werden groß du. Also. Oh guck mal. Haben wir Hilfe Medikamente? Leute. Kann ich bitte mal. Spuren um chemische Substanzen. Drogen. War gar nicht erst an. Hm. Sicher der Leistungsdruck. Dorni. Du siehst hier ein bisschen schwierig aus. Geht's dir gut? Abstellkammer. Viele CDs. Und hier. Sein Zimmer. Sein Zimmer. Tainted Overlord. Seine Lieblingsband. Kennst ihn gut? Hab ihm zum Geburtstag immer ein Album geschickt. Hat seinen Lieblings-Hoodie im Schrank gelassen. Lieblings-Hoodie im Schrank gelassen. Das ist nie ein gutes Zeichen. What a work. Oh lala. So, ich hätte aber auch gedacht, dass es Tainted Overlord ist. So. Der Tod der geliebten Mutter. Die Alten sterben still. Welke Hände rascheln schwach, während sie ein letztes Mal fallen. Sie verlassen diese Welt meist im November, zur dunkelsten Nachtstunde, wenn die Dämmerung so weit entfernt scheint, wie der Frühling, der nie wiederkehrt. Sie lassen wenig zurück. Ein Kleinstapel Zeitungen des letzten Jahrhunderts, einige rissige Tassen und Kleider, deren Poren den Hauch des Todes bereits in sich tragen. Unter ihren geschlossenen Lidern pushen Wörr ein verstummendes Kaleidoskop aus Erinnerung vorbei. Ja. Sie sterben und ihr Blick bleibt am versteinerten Diorama eines langen Lebenshaften, das in seinen letzten Momenten immer mal zu kurz erscheint. hat er hier rumliegen. Ist das eine Freundin? T-Shirt Funktionen sehe ich gerade. Steckplätze. Okay. Etwas dicke Stifte. Sofuture. Ja. Waschenbecher. Katzenfutter. Die verschlossene Kommode. Ähm. Die Rasse. Hab hier so'n Spiel. Mit Versandcode drauf. So sein Bett vielleicht. Komm. Die Tag ist teuer. Konnte Randy sich das leisten? Hast du Witze? Also die Community Tag, die wir überall gefunden haben, die teilweise draußen rumsteht, im Gegenteil. Welche Hardware hätte sich nie leisten können. Viel zu teuer. Wir müssen da rein. Aber wir brauchen das Passwort. Kannst du's knacken? Lass es mich versuchen. So sollten wir suchen dürfen. Alter Schwede. Genau sowas meinte ich. Also ich hätte es cooler gefunden, im Ernst sein das Passwort zu suchen, weil es irgendwie so ein bisschen Leistung bringt, nochmal ein bisschen, dass man was mit dem Charakter untersucht. Aber sowas ist doch cool. Jetzt hat man die Fähigkeit als Gewitter Nerd. Jetzt kann man hier eine Sondersache machen. Nicht nur einfach Tür öffnen oder sowas, sondern hier. Passwort hacken. Viel öfter solche Sachen nutzen. Ach man. So. Jetzt genug gequatscht. Jetzt machen wir aber auch was. das ist ein C. Ein C. Ein C. Eine E-9. Wo ist denn E-9? Da ist E-9. Das heißt ich muss von unten herankommen. Ich zeige euch gleich wie ich das denke. Ein C, ein C. Gut. Volltreffer Hilf mir beim Durchsuchen, okay? Erstmal allgemeine Details Red Court Video So ein bisschen die Kühe wie diese ersten Disney-Filme Irgendwas ist richtig krank an diesem Cartoon Echt gruselig Die werden gefüttert und werden gemolken So, Teil 1 der Trilogie Kling der Verdammnis, Kapitel 1 Geister der Erlösung der Ohren Schwerer Titel Die Silhouette eines mageren weiblichen Nochmal Die Silhouette einer mageren weiblichen Gestalt Zeichnete sich In schwindendem Nebel ab Die Frau hielt eine lang zopfende Hand Dem ein abgetrennter Kopf baumelt Nur eine Augenhöhle war zu sehen Die Verwesung hatte bereits begonnen Das Fleisch von den weißlichen Knochen zu schmelzen Müde Krieger, der ihr gegenüberstand Sah im Vergleich dazu noch gut aus Die Frau sah ihm in die Augen Komm und töte mich Ich bin bereit zu sterben Rief sie mit tiefer, kalter Stimme Endlich bereit, dem Tod ins Auge zu blicken Okay Genie oder Psycho-Black-Metal-Zeile? Das haben wir schon mal gelesen Ja Nachrichten Tut mir leid, von Anthony An... wie Randy In so einem Wagen haben sie Harris geschnappt Darf ich bitte jetzt erstmal lesen? Lockierte Straße Scheiße, an den Tag erinnere ich mich Er lebt in der Nähe einer alten Schule Kann ich mir das mal vorlesen? Ich wollte anrufen Tut mir leid Hab den halben Tag in meinem Sonden verbracht Die Polizei hat ganz Wurzeln abgesperrt Und ich stand stundenlang im Stau Ich wohne in der Nähe meiner alten Schule Aber da hat sich alles verändert Und die Staus haben meiner Orientierung nicht gerade geholfen Hoffentlich, du bist nicht sauer? Kein Problem Ich komme sowieso Ich muss sowieso meiner Mutter helfen Und so Ist es bei dir alles soweit? Fast Wir wissen, wo Wurzeln abgesperrt war Ganz am Anfang Danke Ich wollte mich nur bedanken Ich glaube Echt einfühlsamer Engel, dieser Typ, was? Ich wollte mich nur bedanken Ich glaube Ich halte mich einfach an den Gedanken fest Dass es da draußen noch mehr Leute gibt Die dieselben Probleme haben wie ich Wie hilfst du uns eigentlich? Ich war früher wie du und all die anderen Genau wie ihr hatte ich Mit den grausamen Realitäten des Lebens zu kämpfen Am schlimmsten wurde es Als mein bester Freund starb Scheiße, tut mir leid, das zu lesen Darf ich fragen, was passiert ist? Selten eine Muskelkrankheit Sein Körper wurde immer schwächer Bis er nur noch ein Schatten seiner selbst war Ich wollte ihm unbedingt helfen Aber ich konnte nicht Und die, die ihm hätten helfen können Konnten Konnte er sich nicht leisten Mit genug Geld Hätte er sich sicher Die entsprechenden Medikamente Oder einen neuen Körper kaufen können Aber Seine Familie war arm Naja, deshalb tue ich, was ich tue Meinen besten Schuben Konnte ich nicht helfen Aber dafür vielleicht Ein paar anderen armen Seelen da draußen Big Trump in Haywood Hey Er hat Randys Identität rausgefunden Und ihm irgendein Spiel geschenkt Das Spiel aus der Schublade? Genau Laut Versandcode Muss er Schweines aus den Badlands verschickt haben Hey, ich hoffe es Macht ja nichts aus Aber ich habe meine Adminrechte genutzt Um herauszufinden, wo du wohnst Also deine Adresse Sorry Ich hoffe, du findest das nicht komisch Aber ich hatte einen guten Kronen Ich habe dir ein Geschenk geschickt Ein Spiel mit dem Titel Big Trouble in Haywood Kennst du es? Jedenfalls hoffe ich, es gefällt dir Viel Spaß Ich habe irgendwas geraucht Tut mir leid Super Brandy Angelockt Alter, ich glaube Wir müssen wirklich von hier leben Von Girl an Brandy Hey, du antwortest Weder auf meine Nachrichten Noch meine Holos Lebst du noch, Alter? Ich habe eine Speziallieferung für dich Von einem meiner Valentino-Jooms Du musst sie nur abholen Jeder in Haywood Würde für ein Ding Für das Ding bei den Nieren hergeben Und ich, Idiot Gebe sie einfach so kostenlos Tut mir eine Gefallen antworten Langsam bin ich angepisst Ja, ja, bestimmt Brandy und Natalie Hey, Ned Außer Natalie Hat er wahrscheinlich niemandem vertraut Kommt man über den Link auf die Seite? Hey, geh mal auf die Seite Keiner macht den Drogen Und klickt dann Das rote Bild mit den Leuten drauf Was ist das denn für ein Scheiß? So eine Art Sekte? Wie hast du die überhaupt gefunden? Ich habe nur einen Moment gesurft Ist nicht so wichtig Mach mal gleich Familie Ich Alter, ich weiß wieder nicht Welcher Reihenfolge Ich verstehe das Ich hatte auch keine normale Familie Meine Mom ist jung gestorben Und mein Dad Hat nur versucht Mir eine Zukunft zu geben Es war nicht leicht für ihn Die Farm warf nach der Viehpest Kaum noch etwas ab Nach und nach Bröckelte ihm der Boden Und den Füßen weg Erst starb das Vieh Dann das Geschäft Er verfiel in einen Depressionen Die ihm das Leben kostete Ich erzähle dir das Damit du weißt Dass du nicht der Einzige bist Der seinen Vater verloren hat Verstehe dich so gut Der einzige wirkliche Unterschied ist Dass dir dein Dad Von Normaden gestohlen wurde Und meiner von korrupten Konzernern Und ihrem dreckigen Geld Deshalb halte ich von Konzernern Nur eines Abstand Trauma Team Und Biotechniker Wären mir sofort auf den Fersen Wenn die wüssten was ich tue Aber dir muss ich das natürlich Nicht erklären Randy Kapierst das Ich weiß Du wirst all das für dich behalten Wir sind doch Jooms Bleib stark Kumpel Ich weiß Du schaffst das Randy Siehst du Siehst du Was ich sehe Nein Unmöglich Warum sollte er sowas tun Randy hat sich nicht nur Auf das Treffen eingelassen Er hat sich so sehr darauf gefreut Wie ein Kind zu Weihnachten Was zu Dieses Monster hat Randy Ganz durcheinander gebracht Was hältst du davon Das auch an meiner Höhleangst liegen könnte Im Ernst Das war super schön Aber nächstes Mal Wenn wir in die Stadt fahren Gehen wir in Japantown Japantown Jetzt endlich Was essen Du wirst es lieben Versprochen Und dieses Restaurant Wo ich manchmal mit meiner Tante gehe Die ist so nova Sag einfach Bescheid Lieb dich mein Süßer Ja cool Ich fand es auch gut Aber wegen dem Restaurant Restaurant Falsch geschrieben Mal sehen Weiß nicht ob ich Zeit dafür habe Kann ich es versprechen Also mal sehen Hey du weißt Ich muss mir keine Sorgen um Eddies machen Das hatten wir doch schon Lass mich dich auch mal zu was einladen Lieb dich Mit dem Arsch Randy und Anthony Du bist ein ganz normaler Mensch Randy Wie jeder Ne warte mal Hier oben Ich habe etwas geraucht Tut mir leid Ich weiß nicht warum ich das Immer wieder mache Ich bin so schein Scheißversager Du bist ein ganz normaler Mensch Randy Wie jeder mit einem echten Herz in der Brust Denk dran Ich bin immer da Wenn du reden willst Oder Hilfe brauchst Ich bin sicher Du erholst dich davon So wie immer Wir wollen ins Netz gucken Zu dieser Drogenseite Irgendein Link Der aus Randys Notizen Finden wir es raus Also auf die Das Bild Eine versteckte Seite Erstellt von Anthony Harris Scheiße Das ist doch krank Willkommen Verirrter Wanderer Tonys Shelter Schön dass du den Weg Zu uns gefunden hast Freund Willkommen Tonys Zuflucht Dies ist der Ort Nach dem du gesucht hast Und an dem du dein Bestes Ich Realität werden lassen kannst Dank Tony Ich lebe hier mit meinen Freunden Die auch die Nase voll davon hatten Ihr Leben zu vergeuden Genau wie du Stell dir mich als Bauern vor Der sich um seine Tiere kümmert Sieh dich um Und bleibe einfach hier Zusammen Zeigen wir diesen alten Bauernhöfen Was wir drauf haben Keine Ahnung Wovon ich rede Keine Sorge Ich erkläre alles zu seiner Zeit Aber jetzt musst du dich entscheiden Willst du ein Schatten Deiner selbst bleiben Oder dein Mensch werden Der du schon immer sein wolltest Komm noch heute vorbei So willkommen Mach mit Äh mach mit Hab ich gesagt Stell dich vor Und mach dir nichts mit Das ist abgefuckt Dieser Typ hat's auf unglückliche Teenager abgesehen Jungs wie Randy Das ist alles meine Schuld Hätte ich mehr Zeit mit ihm verbracht Mehr mit ihm geredet Komm schon Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen Stell dich vor Und mach bei uns mit Ich weiß wer du bist Du bist der kleine Junge Der von der Gesellschaft nie akzeptiert wurde Der immer auf sich allein gestellt war Seiner Familie missverstanden Und ohne echte Freunde Ich war früher einmal genau Du Du kannst bleiben Solange du willst Denn bei uns Hast du ein neues Zuhause gefunden Ich kenne eine besondere Geheimbehandlungsmethode Mit der du nicht bloß wieder Auf die Beine kommst Sondern die dich auch Von allen Lasten und Problemen befreit Die dich quälen In meiner Zuflucht Bekommst du alles Was du brauchst Um endlich deine Fesseln zu zerreißen Und dein volles Potential zu erreichen Hier wirst du übermenschlich Stark Gesund Unbesiegbar Immun gegen Krankheiten und Leid Aber bevor wir anfangen Sollten wir uns erst einmal näher kennenlernen Schreib mir eine Nachricht An Anthony 34 Keine Macht den Drogen Und EUP EUB Denk dran Du bist einer der Auserwählten Alter Schwede Das ist ja typisch so ein Ding Und du ganz viel Geld bezahlst Für nichts Halbikornwäsche kriegst Dateien Fehler War mal eine Datei Wurde wohl gelöscht Aber der Name steht da noch Der Name Ist die Videodatei Auf Randys Computer Nicht so ähnlich Ich würde da gerne noch eigentlich mal hier kurz Kann ich nochmal zurückgehen Datei Und nochmal net Wer wir sind Übrigens Wir sind die einzig gemeinwerte Einrichtung Night City Die Drogenabhängigen hilft Scheiße Genau da wo die Kinder landen auch Kontakt Ist das der Anthony auch Bind uns Kontakt auf Unter Kontakt Night City Keine Macht den Drogen Punkt Clean bleiben Unsere Mission Okay ja Wir gehen Gucken uns die Datei an Ey guck mal Der Name von diesem Cartoon Passte der fehlenden Datei Auf Harris Seite Genau sowas mussten wir für Yavin finden Das ist es wie Randy muss ihn runtergeladen haben Sicher Aber vor allem könnte das Der Schlüssel zu Harris Gedanken sein Hoffentlich Hey Kannst du hier mit deinem Netrunner Hokus Pokus irgendwas rauszaubern Let's run a Hokus Pokus Finde Haros IP Adresse raus optional Na Kann ich irgendwas machen? Also ich weiß nicht Auswählen Mal typischerweise Irgendwo hier oben Ich weiß nicht Wo er gerade seine Tollen Fähigkeiten Okay Gucken wir mal die Nachrichten rein Also kriege ich das hier drin noch hin Oder muss ich irgendwie was anderes machen Ich weiß gerade nicht Wie wir das auswählen Achso Ah Alles klar Könnte versuchen Anthony's IP zu kriegen Okay Das wusste ich jetzt nicht Ob das innerhalb passiert oder nicht Sowas habe ich gehofft Geschafft Aber mehr kann ich leider nicht machen Perfekt Ohne die Dieser Cartoon River Vielleicht suchen wir genau danach Wir brauchen doch was Das Harris zum Träumen animiert Schick ihn ja hin Okay Mach ich sofort Was ist da ein Zugangspunkt? Sie sagt Sie meldet sich spätestens morgen Und Dass ich ein Hohenzohm bin Und Komm Wir gehen was essen Kauflüssigkeiten Hab ich gerade richtig gelesen Unter uns ist Ein Zugangspunkt Da gibt es hier etwa Warte mal ganz kurz Ja ja gleich Ich halte mich an das was er sagt Ja Warte da ran Okay Ja Alles klar Deswegen Ich habe auf uns nicht reingequatscht Du machst das Ding Du bestimmst Die Schnelligkeit Und alles mögliche Von dem Das schmeckt nach Popel Ja Wir sind fertig Aufgegessen Dann ab ins Bett Hier Wir haben dir was übrig gelassen Danke Monique Schmeckt nach Popel Oh Dosen Und Oh die haben Kinder Habt ihr was gefunden Ich habe Beweise an ein Labor geschickt Vielleicht wissen wir morgen früh wo Randy ist Ja bestimmt die Schnelligkeit Nicht ich Wann hast du das letzte Mal gegessen Gestern Iss ruhig Ich habe keinen Hunger Danke Vielleicht später Rauchen bei Kindern Ja gut die Kinder sind gerade wenigstens weg Aber trotzdem Der Bruder Sei ganz ehrlich zu mir Findest du ihn River weiß was er tut Randy ist so gut wie zu Hause Ich werde nicht aufgeben Joss Da muss ich mal einspringen Joss Kann wir heute in Randys Wohnwagen übernachten? Ja Sicher Moment was? Du bleibst doch Oder? Du musst mir helfen das durchzustehen Natürlich bleibe ich Gut Findest du allein hin? Ja Ich gehe dann auch gleich pennen Ich will nochmal fragen Ich will gucken ob es eine neue Option gibt Ich habe mich nicht mehr Okay Wir hatten die Gespräche schon Schlafen gehen Wo Pant River Sind wir auch down the river? Wach auf Bin noch müde Genau Javan hat angerufen Javan hat angerufen Der Cartoon hat gewirkt Er träumt Hast du den wie die? Hier Steck rein und verbinde dich mit dem Computer Ich will es auf dem Bildschirm sehen Gott Gerade wenn wir aufgestanden sind Sollten wir mich mal ganz kurz ein Wasser trinken oder irgend sowas Ich weiß nicht wie das alles auf mich wirkt Oje, oje Oje, oje